Und damit ein herzliches Hallo hier zum nächsten Let's Play Till Game Over Challenge, ein Spiel von 1988, und zwar... Altered Beast. Ach Gott, was ist das denn? Ja, mal gucken, wie weit, weit hier... Ich hau dir die Mütze vom Leib, du alte Dreckschleuder, du! Mach dich kaputt! Nein, warte! Abverfugt! Und das Ding hätte ich gebrauchen können. Dann wäre ich nämlich ein bisschen aufgepumpt da. Egal, der gibt mir auf jeden Fall einen. Power up! Ja, ne, schau dich da! Arschloch, du! Ich glaub, dieses... Ach, das! Oh, ich glaub, ich hab kein Glück mit dem Spiel! Verdammt, ey! Sonst hab ich immer meistens, äh... Wo ich's selbst mal gespielt hab, beim ersten Mal schon geschafft! Also, alle drei... Oh, Rimmel, Arschloch! So! Jetzt aber hier, jetzt sind wir der große Bussball! Ah, ha, ha, ha! Bäm, 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 bäm! Ja, welcome to your doom! Ja, welcome to your doom! Lass mich mal an meinem Arsch lecken! Au B Isaiah! Arschloch! Oh, dass das schon mal ist! Oh ja! Et da viele doch mal! Oh我 Arm Passion programs Sachen neighborhood! Host white! Seit mein Tierney Windренgerer lated zu werden가, seitensagen! Stimmst du endlich mal? Och, nee, ey. Ach, letzten Schlag, ich raste aus. Ground clear. Bonus. Ey, der hat mir meine... Dings... Gemobst. Sag mal, darf der Typ das? Was ist das jetzt für ein hübsches Bild? Oha, ich glaube, ich werde... Hübs. Ey! Ich werde hier nicht gefuttert. Ein Power-Up. Power-Up. Ach, jetzt kommen wir. Was ist das denn? Komm, ein bisschen raus. Aus Dings bekannt vor. Hier, wie heißt das? Äh, komm schon. Ach, treten kann ich auch. Huh. Nein, du nicht. Und irgendwas vor... Oh. Ey, das ist cool. Oh, nein, 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 nein. Nein. Ich hab die Schlange gehöpft. Ich hab die Schlange gehöpft. Ey, es könnte sein, dass wir diesmal richtig schön lange hier... ...hier diese... ...gamer-watch-schättenischen Kriegen. Nein, was verwandelst du dich? Ich halte eh nicht mehr viel aus. Also komm, zeig mir, was du kannst. Ich hab keine Ahnung, wie ich die Gegner hier pläten soll, aber... Ich stelle mich einfach das. Okay. Das war jetzt easy. Muss ich halt nicht sagen. Das war jetzt easy. Ja, auf ins nächste Level. Also das zweite, muss ich sagen, war recht easy. Oh, was für ein Bild. Wäre schön, wenn es jetzt klappen würde, wenn ich diese LP... Oh, nein. Das wird nix. Ein Treffer und ich bin im Eimer. Oder ein paar mehr Treffer. Yeah. Oh. Ja. Wieso komm ich da jetzt... Ja, Game Over. Damit hat sich diese Let's Play Challenge somit erledigt. Es geht ja nicht darum, das Spiel wirklich durchzuspielen. Wenn es natürlich klappt, wäre es super, sondern so weit zu kommen wie möglich. Ich hoffe, diese LP Challenge hat euch ganz gut unterhalten. Es kommen natürlich noch einige mehr. Je nachdem, was ich halt an Spielen so in die Finger kriege. Ich wünsche euch was und sage Tschüssi, Kowski. icki. came 1964...